Haben Sie schon mal daran gedacht, Ihren Kunden eine Bargeldzahlungsoption anzubieten, damit diese ihre Papierrechnungen begleichen können? Wir zeigen Ihnen hier, wie das funktioniert. Sie drucken einen QR-Code nach Industriestandard auf Ihre Papierrechnungen. Der Kunde scannt diesen Code mit seiner PaySafeCash App und generiert einen PaySafeCash Barcode. Nun kann der Kunde den offenen Betrag offline in bar bezahlen, indem er den Barcode bei der nächstgelegenen PaySafeCash Partnerfiliale scannen lässt. Sie erhalten eine automatische Bestätigung über die erfolgte Zahlung des Kunden per E-Mail oder API. Das war's. Mehr darüber unter paysafecash.com.